Der Gepäckraum des neuen Espas bietet reichlich Volumen. Bei der Version mit 5 Sitzen ist das Volumen unter der Gepäckraumabdeckung umso größer und beträgt 660 Kubikdezimeter. Zum Aufrollen der Gepäckraumabdeckung ist am Griff leicht zu ziehen und dann der selbsttätigen Bewegung zu folgen. Zum Herausnehmen die Gepäckraumabdeckung drehen und herausheben. Zum Wiedereinsetzen die Gepäckraumabdeckung in die Halterungen einsetzen und am Griff ziehen. Zur Aufbewahrung der abgenommenen Gepäckraumabdeckung sind im Gepäckraum Klettbefestigungen vorgesehen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017